Guten Tag. Beim letzten ETCS-Rückblicksvideo hatte ich erzählt, dass bei ESCW-Projekten, wenn also ein neues elektronisches Stellwerk gebaut werden soll, häufig die Bahnübergänge der Sprengstoff für die Zeitpläne eines solchen Projektes dann sind. Danach füllte sich dann mein E-Mail-Postfach mit E-Mails von Leuten, die sich wünschten, dass ich mal etwas zum DSCW-Schnellläuferprojekt Kleve-Kempen erzähle, wo also die Bahnübergänge tatsächlich eines der wesentlichen Probleme waren. Das ist ein bisschen schwierig, weil was genau da unten am Niederrhein passiert, da weiß ich auch nicht so wirklich Bescheid. Meine Einschätzung ist ja ehrlich gesagt, also die Firma Scheidt & Bachmann hat ja jahrzehntelange Bahnübergangserfahrung und wenn die es nicht hinbekommen, einen Bahnübergang ans Laufen zu bekommen, dann schafft es schätzungsweise auch kein anderer. Was ich allerdings machen kann, dass ich mal ein bisschen allgemein davon erzähle, wo denn bei der Erneuerung von Bahnübergängen, insbesondere dann, wenn gleichzeitig ein neues elektronisches Stellwerk dann auch gebaut werden soll, wo denn da die typischen Problemstellungen so liegen. Zunächst mal muss man wissen, dass wir in Deutschland derzeit ungefähr 5000 Bahnübergangssicherungsanlagen haben, die mit einem Umbauverbot belegt sind. Man darf diese Anlagen also technisch nicht mehr verändern und das schränkt die Möglichkeiten ein, wie man dann bautechnologisch während so einer ESCW-Maßnahme mit den Bahnübergängen überhaupt noch umgehen kann. Dann, das schauen wir uns gleich noch etwas genauer an. In erster Näherung kann man sagen, dass sämtliche Bahnübergangstypen, die noch nicht in Rechnertechnik, sondern in Relaistechnik ausgeführt waren, dass die mit Umbauverbot belegt sind. Gut, bei den mechanischen Reichsbahnschranken, da kann man noch nicht mal von Relaistechnik sprechen. Das ist im Extremfall einfach nur ein Kurbeltrieb. Reichsbahnschranke heißt übrigens nicht, dass es diesen Typ nur im Gebiet der ehemaligen DDR-Reichsbahn geben würde, sondern diese Schranke war eine Vorkriegsentwicklung und deswegen findet man die auch im ehemaligen Bundesbahngebiet. Hier, so sieht das aus. Das ist eine Reichsbahnschranke, wobei diese hier bereits ein Upgrade erfahren hat. Rechts ist ein elektrischer Antrieb zu sehen, die sogenannte Dresdner Winde. Loh 55 bis 57, das sind frühe Lokführer überwachte Bahnübergangstypen der ehemaligen Bundesbahn. Die sind tatsächlich klassische Relaistechnik. Genauso wie FÜ 58 und FÜ 60, das sind die ältesten fernüberwachten Bahnübergangstypen der Bundesbahn. NFA 60 war eine Allzweckwaffe, ebenfalls aus Westdeutschland, für alle Arten von Bahnübergängen, die nicht zugbewirkt eingeschaltet werden. Entweder durch einen Schrankenwärter oder sie kamen als Anrufschranke zum Einsatz und wurden dann vom Fahrdienstleiter bei Bedarf nur geöffnet. Halbschrankenanlage bzw. Haltlichtanlage 64, das waren Bahnübergangstypen der DDR-Reichsbahn. Wahrscheinlich fehlt jetzt hier in meiner Auflistung noch die EVS 63, das ist eine elektrische Vollschrankenanlage der Reichsbahn gewesen. BÜ 72, weit verbreiteter westdeutscher Bahnübergangstyp. Da hielt dann zumindest tatsächlich schon mal die Elektronik Einzug ins Schalthaus. Bei den EBIT-80-Anlagen, da ist die mir zur Verfügung stehende Informationslage irgendwie ein bisschen widersprüchlich. Die EBIT-80 ist zwar im Prinzip in Anführungszeichen Rechnertechnik, aber die Zahl 80 steht halt auch für das Jahr, in dem dieser Anlagentyp erfunden worden ist. Und da kann man sich dann lebhaft vorstellen, was denn das wohl für Rechner sind, die dort am Werke sind aus den 1980er Jahren. Laut einer Quelle soll es so sein, dass die EBIT-80-Anlagen teilweise mit Umbauverbot belegt sind und teilweise nicht. Was genau dann da das Unterscheidungskriterium ist, keine Ahnung, wüsste ich auch gerne. Und in anderen Quellen, da steht das etwas anders drin, nämlich wenn man im Rahmen eines ESTW-DSTW-Stellwerksbauprojekts auf eine EBIT-80-Anlage trifft, dass dann eine Erneuerung der Innenanlage erforderlich sein soll. Ein bisschen drollig ist dann an der Stelle allerdings, was alles zur Innenanlage gehören soll. Das umfasst nämlich nicht nur das, was im Schalthaus eingebaut ist, sondern auch die Lichtzeichen, die Schrankenantriebe, die Gleisschaltmittel und die Überwachungssignale. Also irgendwie haben die Bahnübergangsleute aus meiner Sicht merkwürdige Definitionen von Außen- und Innenanlagen. Bei Stellwerken ist das hingegen logisch. Innenanlage ist alles, was in einem Gebäude eingebaut ist und Außenanlage ist alles, was draußen an der frischen Luft steht. Bei Bahnübergängen scheint das irgendwie anders zu sein, warum auch immer. Und ich frage mich dann allerdings, was bleibt denn dann noch übrig an Bestandteilen dieses Bahnübergangs, die dann die Außenanlage darstellen. Das können eigentlich fast nur noch die eigentlichen Schrankenbäume und die Verkehrsschilder für den Straßenverkehr sein. Also wo jetzt der materielle Unterschied liegt zwischen diesem in Anführungszeichen Austausch der Innenanlage beim EBIT 80 und einem kompletten Neubau der Sicherungsanlage, wie er bei den anderen hier beispielhaft gelisteten Bahnübergangstypen erforderlich ist, das müsste man mir vielleicht mal erklären. Kurios. Okay, wir sind jetzt also dabei, eine Bahnstrecke mal von Grund auf zu modernisieren. Es soll ein elektronisches Stellwerk bzw. ein DSTW vielleicht sogar gebaut werden und die ganzen alten abgängigen Bahnübergänge sollen mal runderneuert werden. Wie kriegen wir das jetzt hin? Man könnte zum Beispiel eine sogenannte vorlaufende Erneuerung der Bahnübergänge machen. Das bedeutet dann, die neuen Bahnübergänge werden bereits gebaut, noch bevor das neue elektronische Stellwerk dahin gebaut wird. Damit könnte man zwar auf elegante Art und Weise das Umbauverbot der alten Bahnübergangssicherungsanlagen umgehen, allerdings würde das bedeuten, dass dann zumindest zeitweise die neue Bahnübergangssicherungsanlage erstmal übergangsweise noch an das alte Stellwerk angeschlossen werden muss. Also wir gehen jetzt im Folgenden davon aus, dass es sich nicht um Lokführer überwachte Bahnübergänge handelt. Die sind in der Beziehung relativ unkritisch, weil da ist keine große Einbindung in irgendein Stellwerk erforderlich. Es geht also jetzt schwerpunktmäßig um fernüberwachte Bahnübergänge oder Bahnübergänge mit Signaldeckung. So, okay, also Umbauverbot des Bahnübergangs schon mal umgangen. Möglicherweise haben wir dann allerdings das Problem, dass das Altstellwerk ja selber auch mit einem Umbauverbot belegt sein könnte. Je nachdem, welche Technik das halt ist. Vielleicht haben wir halt Pech und es handelt sich zum Beispiel um ein altes mechanisches Stellwerk des Herstellers Willmann. Und für diesen Stellwerkstyp hat die Deutsche Bahn aus irgendeinem Grund keinerlei alte Unterlagen mehr. Warum auch immer, die sind möglicherweise bei der hektischen Auflösung irgendeiner Dienststelle in der Vergangenheit dann bedauerlicherweise im Papierkorb gelandet. Also das Willmann-Stellwerk wäre zum Beispiel ein Stellwerkstyp, da könnte man überhaupt keine neuen Bahnübergänge mehr einbinden, weil es keine Unterlagen gibt, gegen die man das dann vergleichen kann, um zu gucken, ob das dann auch richtig gemacht wurde. Ein weiteres Problem, was auch auftreten kann, wenn man eine vorlaufende Erneuerung versucht, es gibt bestimmte Planfälle bei Bahnübergängen, die waren nach alten Planungsregelwerken in der Vergangenheit erlaubt und sind es nach den heutigen Planungsregeln nicht mehr. Das kann dann zum Beispiel dazu führen, dass ein vormals fernüberwachter Bahnübergang dann nach neuem Regelwerk unter Signaldeckung genommen werden muss. Und sowas dann in dem Altstellwerk einzurichten, nur für eine kurze Übergangszeit, bis das neue ESCW dann am Start ist. Das ist aufwendig und teuer. Jo, dann die parallel laufende Erneuerung. Also die Bahnübergänge und das Stellwerk werden gleichzeitig erneuert. Das ist der Zustand, den die Bahn eigentlich gerne anstreben würde in möglichst vielen Fällen. Weil da hat man zumindest aus technischer Sicht dann die wenigsten Scherereien. In der Praxis hat sich allerdings gezeigt, dass es gar nicht so einfach ist, den Bau eines elektronischen Stellwerks und die Erneuerung der Bahnübergänge an der Strecke zeitlich so exakt aufeinander abzustimmen, dass das dann gut übereinander passt. Insbesondere, weil man es eben bei den Bahnübergängen dann mit verschiedenen externen Stellen dann auch zu tun hat, mit denen man sich in der Planungsphase auseinandersetzen muss. Straßenbaulastträger, Straßenverkehrsämter, Anlieger, benachbarte Grundstückseigentümer, denen man möglicherweise Grund und Boden abkaufen muss, weil zum Beispiel die Schleppkurven erweitert werden müssen, damit kein LKW sich auf dem Bahnübergang verkeilt. Diese externen Stellen wollen es teilweise ums Verrecken nicht einsehen, dass die Bahn ihnen irgendwelche Terminvorgaben macht. Wenn man denen erklärt, dass das alles fertig sein muss, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann die Sperrpause zum Bau des neuen elektronischen Stellwerks eingeplant ist, dann zucken die nur mit den Schultern und sagen, mir doch egal. Und das also punktgenau auf Termin hinzukriegen, sodass dann am Tag X gleichzeitig das ESCW und die Bahnübergänge neu gebaut werden können, das ist wirklich hohe Kunst. Ja, und dann gibt es auch noch die Möglichkeit einer nachlaufenden Erneuerung der Bahnübergänge, wobei man sagen muss, das ist in den allermeisten Fällen eine doch eher nur theoretisch bestehende Option. Am ehesten klappt das vielleicht noch bei Lokführer überwachten Bahnübergängen, die also keine nennenswerte Einbindung in das Stellwerk erfordern. Das Problem daran wäre ja, dass die mit Umbauverbot belegte Altanlage dann übergangsweise nochmal an das neue elektronische Stellwerk angeschlossen werden müsste. Und daran scheitert es dann. So, was man also wirklich will, ist diese parallel laufende Erneuerung von Stellwerk- und Bahnübergängen. Um da in möglichst vielen Fällen irgendwie hinzukommen, praktiziert man jetzt in den letzten Jahren neue Vorgehensweisen bei der Erneuerung von Bahnübergängen. Normalerweise ist es ja bei Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen so, dass die Kosten für so eine Maßnahme brüderlich geteilt werden, zwischen der Bahn, dem Straßenbaulastträger und der Bundesrepublik Deutschland. Und diese Kostenteilungserfordernis war also eine typische Stelle, an der jede Menge Sand ins Getriebe kommen konnte. Insbesondere, weil die Straßenbaulastträger häufig kein Geld hatten und dann möglicherweise auf die Idee kamen, so ein Projekt, solange sie konnten, irgendwie zu verzögern. Und in den letzten Jahren beobachtet man es dann jetzt vermehrt, dass die Bahn dann sagt, wir verzichten auf diese Kostenteilung und zahlen einfach die gesamte Erneuerung des Bahnübergangs selbst. Allerdings hat DB Netz natürlich auch nicht unbegrenzt Geld für solche Späße übrig. Und die sagen natürlich auch, okay, unsere Bahnübergangstechnik, unsere Leit- und Sicherungstechnik, ja, die zahlen wir dann eben komplett aus eigener Tasche und verzichten auf die Kostendrittelung. Allerdings möchten wir, wenn wir auf diese Weise in Vorleistung gehen, mit dem ganzen Rest des Bahnübergangs bitte nichts zu tun haben. Wir möchten also dann kein Geld rauslegen für die Erneuerung und Verbreiterung irgendwelcher Straßen im Umfeld des Bahnübergangs zum Beispiel. Das können dann bitte die anderen Kreuzungsbeteiligten unter sich regeln. Es wird dann also sozusagen ein reiner Techniktausch durchgeführt. Das heißt, der Bahnübergang bleibt auch von seiner Projektierung, also Fernüberwachung bzw. Lokführerüberwachung oder Signaldeckung, bleibt er so, wie er ist. Ein Bahnübergang ohne Schranken bleibt ohne Schranken und ein Bahnübergang mit Halbschranken behält seine Halbschranken. Dadurch spart man sich also dann auch große Teile der sehr zeitaufwendigen Planrechtsverfahren, weil aus Sicht des Planrechts ist es egal, ob im Schalthaus des Bahnübergangs klappernde Relais-Technik werkelt oder ob dort ein Rechner den Bahnübergang steuert. Man hat da ein Gentleman's Agreement getroffen, dass also diese Erneuerung als reiner Technikaustausch, die ist möglich, wenn der betreffende Bahnübergang 10 Jahre lang unfallfrei gewesen ist und keine kritische örtliche Situation hat. Also die Fahrbahn zum Beispiel auch für den Verkehr, der dort herrscht, ausreichend breit ist. Bestimmte planrechtlich unkritische Upgrades, die einfach nur ein bisschen die Sicherheit erhöhen, sind im Rahmen eines solchen Techniktausches übrigens durchaus auch möglich. Also zum Beispiel die Einrichtung zusätzlicher Seitenlichter oder zusätzliche Fußgängerschranken oder auch eine Fußgängerakustik. Das mal eben mit einzurichten, ist also auch im Rahmen dieses reinen Techniktausches ohne großes Planrechtsverfahren möglich. Ja, und unten letzter Punkt, falls an einem Bahnübergang doch irgendwelche tiefgreifenderen Änderungen notwendig sind, dann hat man sich mit der Aufsichtsbehörde geeinigt, dass solche Maßnahmen auch bis zu sechs Jahre nach dem Techniktausch vertagt werden können, damit aufgrund der allseitigen Umbauverbote von Altstillwerken und Altbahnübergängen kein völliger Stillstand in den Projekten eintritt und man erstmal weiterkommt. Zum Abschluss ein paar Worte zu einer Problematik, wo jetzt topaktuell endlich ein bisschen Linderung reinkommt. Und zwar hatte man seit dem Jahr 2019 das Problem, falls an einem Bahnübergang eine Gefahrenraumfreimeldeanlage erforderlich ist, weil der Bahnübergang also Vollschranken hat. Und da muss man dann ja sicherstellen, dass kein Verkehrsteilnehmer zwischen den sich schließenden Vollschranken eingeschlossen wird. Diese Freimeldung des Gefahrenraumes kann man auf verschiedene Art und Weise sicherstellen, im einfachsten Fall, dass einfach ein Schrankenwärter augenscheinlich dahinschaut oder vielleicht hat man ihm auch eine Überwachung per Videokamera spendiert. Oder die dritte Möglichkeit wäre eben eine technische Freimeldung durch eine Gefahrenraumfreimeldeanlage. Die Allzweckwaffe dafür war bis zum Jahr 2019 das Überraschungsei von der Firma Honeywell. So sehen diese Geräte aus. Die haben den Spitznamen Überraschungsei bekommen, weil die gerade in der Anfangszeit ein bisschen störanfällig waren und man nie so recht wusste, funktioniert es jetzt oder funktioniert es nicht. War halt Überraschung. Offiziell hießen diese Dinger YD-136. Es handelt sich dabei um eine Radaranlage, die den Bereich zwischen den Schranken abscannt und schaut, ob sie da irgendwelche Hindernisse findet. Die Firma Honeywell hat dieses Produkt allerdings schon im Jahr 2019 für Neubauten abgekündigt, denn es wäre an und für sich notwendig gewesen, das Ding mal weiterzuentwickeln. Allerdings hatten sie von diesen Geräten nur so wenige verkauft, dass sie dann sagten, das lohnt sich nicht mehr, da noch Geld reinzustecken. Und das war jetzt vier Jahre ein zunehmend schmerzhafter werdendes Problem, weil diese YD-136 eben die einzige in Deutschland zugelassene Gefahrenraumfreimeldeanlage war. Das führte dann dazu, dass ehemalige Schrankenwärterposten in ESTW-Bereichen dann nicht komplett wegrationalisiert werden konnten, sondern der vormalige Schrankenwärter dann dort noch sitzen bleiben musste weiterhin, um eben per Augenschein dann die Freimeldung an den Fahrdienstleiter zu melden. Oder man musste eben alternativ Videoanlagen bauen. Deren Einbindung in die Bedienplätze eines elektronischen Stillwerks ist allerdings technisch ein bisschen unschön. DB Netz hat jetzt in den letzten Jahren versucht, dass sie Alternativen zu dieser YD-136 in Deutschland zugelassen bekommen. Man hat da Versuche mit drei verschiedenen Herstellern gemacht. Also die Gefahrenraumfreimeldeanlagen 3DLR und Optics LIDAR. Dabei handelt es sich technisch um Infrarot-Laserscanner. Und die Mira, die ist genau wie das alte Gerät von Honeywell eine Radaranlage. Die Optics LIDAR ist ein Produkt, das in Großbritannien bereits zugelassen ist und dort im Einsatz sich befindet. Die Sicherheitserprobung unter deutschen Bedingungen soll an zwei Bahnübergängen in Nieder-Dollendorf und in Eithorf erfolgen. Der letzte Zeitplan zur Zulassung, der mir bekannt geworden ist, der besagte, dass diese Anlage bis August diesen Jahres zugelassen werden soll. Ob das klappt, werden wir dann sehen. Die Mira ist bereits in Italien zugelassen und dort im Einsatz. Und man wollte also dahin kommen, dass man diese italienische Zulassung per Cross-Acceptance dann in weiten Teilen auch für Deutschland anerkennt. Da gibt es zwei Erprobungsbahnübergänge in München-Riem und in der Nähe von Bonn. Und diese Zulassung sollte eigentlich bis April diesen Jahres erfolgt sein. Ob das tatsächlich passiert ist, ist mir nicht bekannt. Ich habe vorhin noch mal geschaut, ob vielleicht irgendjemand topaktuell jetzt eine Jubel-Pressemeldung rausgehauen hat. Das war nicht der Fall. Wer allerdings jetzt eine jubelnde Pressemeldung tatsächlich veröffentlicht hat, das war die Firma IHI. Das ist ein japanischer Hersteller. Und die haben es jetzt im März tatsächlich hinbekommen, ihre drei DLR für Deutschland zugelassen zu bekommen. Da gab es drei Erprobungsbahnübergänge, alle an der linken Rheinstrecke in der Nähe von Bonn. Und damit kann man jetzt topaktuell sagen, dass wir nach über vier Jahren jetzt dann tatsächlich wieder eine technische Gefahrenraumfreimeldeanlage in Deutschland in zugelassener Form zur Verfügung haben, die man also bei Neubauten einsetzen kann. Das war es. Ein kleiner Einblick in die wundersame Welt der Bahnübergangserneuerungsprojekte. Ich hoffe, es war interessant für euch. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst auf dieser Welle. Tschüss!